So, und jetzt zum Dashimi, zu dem japanischen Gericht, fehlt natürlich ein bisschen Ingwer und ein bisschen Wasabi. Da haben wir erstmal hier einen kleinen Teller, einen kleinen Kontinentsteller, machen wir ein kleines Shizu-Blatt drauf. Dann habe ich hier den Sushi-Ingwer. Und dann natürlich, in unserem Fall, haben wir dieses wunderschöne Exemplar hier, nämlich frischen Wasabi. Wasabi frisch ist eine ganz andere Geschichte als Wasabi-Nüsse, Wasabi-Pasten, Wasabi-Pulver. Was meistens dann mehrerlich ist, der dann gefärbt ist oder nur zu ein, zwei Prozent frischer Wasabi überhaupt dabei ist. Also eher ein billiges Produkt. Frischer Wasabi, zur Information, kostet im Kilo aktuell 280 Euro, 286 Euro sogar. Und ist damit natürlich unheimlich teuer, aber reicht auch ein bisschen. Also aus der Knolle kriegt man schon ein bisschen was raus. Klassisch wird es auf der Haifischhaut gerieben, auf der getrockneten in Japan. Ich habe jetzt hier so eine kleine Metallreibe, die so kleine Zacken drin hat und reibe das jetzt wie eine Acht. Oder auch im Kreis, kann man es auch machen, dass das packt. Und was passiert ist einfach, dass man so ein ganz feines, kleines Mus kriegt. Also ganz fein gerieben. Das ist auch die Idee hinter der Haifischreibe, weil diese Haut so fein Struktur hat, dass der Wasabi sich richtig schön fein reiben lässt. Dann wird das hier ganz einfach geformt. Und dann haben wir hier unseren frischen Wasabi mit dazu. Da braucht man auch gar nicht so viel. Dann kann man die noch als Deko mit drauflegen, wenn man möchte. Der eine oder andere wundert sich jetzt wahrscheinlich, warum der Wasabi jetzt eher weißlich ist oder nicht so grün ist. Es kommt immer davon, dass wir natürlich den Wasabi unten anfangen zu reiben. Und je weiter der unten ist, umso weißer ist er. Also da, wo er gerade wächst. Und umso weiter wir hier hochgehen, umso mehr kriegt er diese Signature-Farbe, nämlich die grüne. Also Wasabi in der Urform ist eigentlich gar nicht so giftig grün, wie es uns immer überall verkauft wird.